Die Druckwelle, warum ist die Druckwelle so krass? Das war nicht so schlau! Das war echt nicht schlau! Das war jetzt aber nicht so schlau! Nicht so schlau! Nicht so schlau! Nein! Also gesehen hab's gesehen. Besser ist es so du! Klick! Klick! Zück die Knarre! Klick! Scheiße! Magazin leer! Lapp nach! Lapp nach! Pump-Action-Revolver! Pump-Action-Revolver! Scherze! Ich muss nach denen so... Scherze! Ich muss doch irgendwie Scherze! Scherze! Bl omg! Scherzen! Bl na, ba b nut, nicht… Back! wo einfach nach neُn, dreim mal so… These, korte bis so… Wir müssen also lang, gell! Oh schностьk um! Guh Sch laatste! Der gibt's doch ja auch, oder? Was? Nein!! Na nimm Karate! Nimm Karate-Kick! Weil der neben steht ist Deiner. Komm bei dir, ich nehm die Granate und なw broke hin! Ahh jetzt, mann! Wir bee antorplieh! Der beeil dich! Jetzt setzen! Warte auf beeil dich! Ja! Du, weiter runter, weiter runter! Mach einfach! und... Orbital! Orbital! Der Satellit landet nicht! Hast du grade das Spiel kaputt gemacht? Warte ich euch nicht explodiert? Nein! Nein! War das gut? Das war ja mal... Du bist auf Masteuinen gelandet! der blaue hat mich so das war ja scheiße das war ja scheiße es gibt ja so besser ich bin ich jetzt so aggressiv ich würde sagen hauptsache wir gucken kinder zu untersuchung eines unberechtigten paypal konto zu wirst wolfgang runger körper schon etwa schade da wurden uns gerade mal da wurden uns 56 euro wieder abgezogen sauerstoffallergie schade da irgendjemand 6,50 euro 23 von seinem vater ist er gemacht ich finde das echt nicht so cool er hat uns in mail geschrieben von wegen aber auch so so richtig freundlich wofür habe ich den betrag bezahlt das hat kein vertrag keine anforderungen abiert das bestellt soldaten bei ihnen selbstverständlich hole ich den betrag zurück zurückgeschrieben was wir machen wer wir sind vielleicht wenn er den letzten mal mit seinem kind reden will aber da kam halt nix so nein wer ist der da oben rechts der jetzt stirbt aber ich frage mal eine sache kalt hat kaffee nee danke kalt kaffee ja auch schon wieder irgendwie ihr seid so eine assis der ricky der kommt hier an macht kaffee und die kinder trinken nämlich aus ja und glaube ich ja und floh jetzt mit drago ist nichts zu schützen ich freue mich auf die 96 euro jetzt schon abgezogen wurde der schule so ist ein alter ich bin nicht sicher ob das jetzt funktioniert aufgepasst ich liebe auch wie der da drüben auf dem midi pack steht und es aber nicht einsammelt jetzt 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 warum auch immer doktorin starte klar starte klar starte klar dankestelle boxe stoppe boxe stoppe die drei von dankestelle kenne ich noch von max penny ja aus max penny aus der zeitung das wird mich jetzt dieser oh scheit egal man 30 50 abgezogen jemand eine kette jemand eine kette damals war das besser starte klar das ist klar das ist lustig die italiener machen ans ende jedes worte ein e und die spanier am anfang jedes worte das das ist das ist das ist das ich frage mich was du da machst was hat es denn vor ich wollte den ich anwerfen ach so wie jetzt wie ja ja nein falsche richtung 3 3 playstation 3 ja 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 ich weiß aber die drei ja du hast doch aus dem powers of also das ist wer 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 panzer hallo nichts ist gefährlicher als fliegende bären doch halt mit streitexten im panzer das war ja jetzt gar nicht so schnell ich hab mich selber gemacht ja why tell me why you dead now gucken gucken gehen mal mal ja bitte tut es nicht man sieht mich überhaupt nicht ja mein Name ist Wermy so mein Name ist Wermy ja ich muss das ist impossible my friend also naja und muss halt genau da durchfliegen ich habe niemand schade ich aber auch echt gedacht dass es funktioniert gar nicht das war gerade in der schweiz ja aber das war so gut verklappt gewesen nein du bist der bubble streamer du bist der bubble streamer du bist der bubble streamer mein Stief stinkt hast du was nicht schon wieder was ist denn wie zieht man sich jetzt hoch Stief stinkt immer vor allem aus den Oren und und ja 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 3 4 und da war was der war der war ja fast schon warte mal warte mal warte mal warte mal da genau dahin hä warum kann ich denn nicht aussuchen ich will raussuchen du musst jetzt mit deiner Kamer ach so ach scheiße ja stimmt ja 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 ich bin nur ein text der sie anstreit glauben sie mir liebe gemeinde labe die blubblabla jacken tacken umfallung war die blubblabla aber haben wir sagen jetzt ist es nicht jetzt kriegst du ihn zurück ist eine beliebige sonntags ich habe es schon gesehen kann ich irgendein team kann irgendwer ein cooles zitat aus doktor wo es felix immer nehmen aber ja ich ja wir würden ja sagt er nicht so was wie i am the doctor wibbly wobbly timey-wime timey-wime-rhyme warte exterminate exterminate ja das sagen die daleks immer super sonic screwdriver es ist alles was ich über das getrofft case control i'm dead no i'm not i'm a doctor you're right nein nicht die gelben doch doch nicht die gelbe die egal gelbe 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 ich ja ich ich Ja, wie so ein Brüllaffel, ne, natürlich nicht. Weißt du, aber beim Matbeuf ist der Leih, das ist der Fall. Okay, das ist halt auch flüstert, okay, das ist alles gut. Nein, lieber nicht. So, äh, Dreieck ist schießen, ne. Kann jetzt mal bitte einer ein Zitat aus Dr. Freud machen? Aber auch der Kotz aus... Machen wir mal ein Zitat aus Dr. Freud. Nein, stopp. Für jede weitere Stunde nach 18 Uhr gebe ich 2 Euro zu meinen bisherigen 25. Ach, was heißt? Das heißt, es könnten eventuell nochmal 48 Euro für dich werden. Das ist dir bewusst, ja? Was? Munikiste. Ich sag's nur. Ah. Munikiste will jede Stunde 2 Euro spenden. Das, sie haben den. Du, Max. Ist jetzt mein letzter Geh? Ja. Grüß mal die Miriam. Miriam, hallo. Flo, schnell, cooles Zitat aus Dr. Hu. Er hat uns eine, die Dragqueen. Du. Zitat, Zitat. Du, natürlich. Das Schlimmste und beste Zitat ever von Dr. Hu ist. Ich will nicht gehen. Zitat Ende. Oh Mann, jetzt bin ich traurig. Ich habe eine ganz gute Begleitperson für dich, wa? Übrigens, der Munikiste hat ja das Jahr, wo schon weg ist. Oh fuck, ich habe mich gerade gehört. Ach schlimm, es geht immer noch. Ja, ja. Das ist jetzt gerade hier. Munikiste hat gerade geschrieben, für jede Stunde nach 18 Uhr wählt du nochmal 2 Euro. Oh. Es ist jetzt du gegen ich. Oh Gott, nein. Was? Ich will mir jetzt. 25 Euro drauf. Wollen wir dann noch eine Runde Mario Party spielen? Ja, bitte. Mario Party. Mario Party. Mario Party. Mario Party, Di, 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 Di. Mario Party, Di, 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 Di. Ist das nicht aber auch... Ist das nicht bei Cinderella so? Dass die Mäuse so singen? Di, 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 Di. Nein. Aber die Mäuse macht auch... Droga, Di, 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 Di. Ja. Kennen die eigentlich die Rettmann Mario? Du bist dran. Marth, du bist dran. Ja, ja! Ohne hier, Marty, unten rechts! Oh, Tatsache! Fall nicht runter, sei nicht ab! Fall nicht runter, sei nicht ab! Oh, ja! Oh, yeah! Such an, damit du nicht in den Pixelbereich schießt, der da vorne ist! Ja, jetzt halt's Maul! Ich möchte nur nicht, dass du verlierst, Marty! Ist in Ordnung! Oh Gott, hat geklappt! Nein! Oh! Ich hab irgendwann gewonnen! Oh, oh, oh! Und sag, halt, stopp! Nicht so schnell! Ich spende für meinen gestern verstorbenen Opa! Oh! Das ist ja... Dann erstmal unser aller Beileid! Herzlichstes! Susi spendet für ihren verstorbenen Opa, der gestern verstorben ist! Danke für diese extrem gute Abwechung! Sie ist von Anfang an dabei! Dann nimm dir aber irgendwann auch mal eine Mütze schlafen! Wir sind ja noch ein bisschen hier! Ja, bitte! Sonst siehst du am Ende aus wie Frodo! Oder noch schlimmer! Und Dankeschön natürlich, ja! Entschuldigung! In einem Bild! Was kann ich denn jetzt hier raus? Das ist eigentlich überhaupt nicht möglich! Hä, was ziehst du denn da überhaupt raus? Sieht der aus wie ich! Nein, ich würde ihn wieder anmachen! Hä? Ähm... Show me coin! Was denn? Na ja, die HDMI 3... Dann machen wir uns ja die Frage schnell! Hä, die Wii... HDMI 3 kannst du nicht rausziehen? Das ist aber mal eine blöde Frage! Die Wii lief doch auch auf HW über den... Die Bombe? Ja, die Bombe? Deswegen weiß ich nicht, warum... Ja, warte! Ja, wahrscheinlich auch wegen... Das ist vielleicht so... So! Die Wii! Ja, ja, gut, aber... Und wegen so viel... Ich weiß nicht! Ah, Gina hat übrigens noch einen Euro gepostet! Das lüft den Euro gepostet! It's bigger on the inside! Warte mal kurz! Dann kriegen wir das jetzt da rauf! Ähm... Du musst irgendwie anmachen! Ja, hab ich! Ja, so! Andere AV! Genau! Andere AV! Sag! Ja! Ne... Ne... Da hab ich halt verschiedene Metalle... So genommen... So ein Eigentrhythmus in... Wort einfach... Hat ich mich? Nein! Wer will denn mitmachen bei Mario Party? Ich! Wo noch! Was war denn nochmal Mario Party? Ach ja! Warte mal mit dem Mini spielen! Komm dann machen wir hier! Ja, komm hier! Äh... Geh ich nochmal kurz... Ah scheiße! Warte mal! Dominic! Kannst du mir mal ein Gewand? Und mal... Was denn? War der egal? Du musst der Stromglock nicht mal raus, oder? Ne, 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 ne... Oder? Doch, doch! Das haben wir vorhin auch einfach gemacht! Einmal nur da... Zieh mal da den kleinen USB raus! Ne? Ja genau den! Das müsste eigentlich funktionieren! Well, I don't know! Ist die Wii überhaupt schon an? Ja! Ja! Ah, da ist sie ja! Der Wii ist an! Hat funktioniert! Alle gut! Wir werden immer besser! Werde viel! Er hat eigentlich schon das Spiel reing gemacht! Er muss auf diesen Wii-Kanal! Ich biete es ja nicht nur mit dir an, sondern ich krieg's auch selber! Ich esse den Wii-Kanal! Ja! Well, I don't know! Wie sind so viele Nachrichten, die mich überhaupt nicht interessieren? Ah! Wie kommt man denn nochmal... Ach so, halt! Fabi hat das gestern ja schon gesagt, dass wir doof sind! Weil das nur hier mit geht! Ach ja, stimmt! Das stimmt! Ah ja! Wir starten! Und... Braun! Richtig! Äh! Ja! Nur TV! Hi ihr Süßen! Gruß aus dem schönen Potsdam! Hi! Check nachher mal mein Konto, vielleicht Tinder noch mehr! Euro drauf! Kürzchen nach Potsdam! Ansonsten sind 6,50 auch schon ne Nummer! Auf jede! Danke bitte! Auf jede Nummer bitte! Auf jede Nummer bitte! So, jetzt warte ich noch! Warte ich von mir macht das! Warte ich auf Party! Man sagt ja immer, auf dem Klo kriegt man Erleuchtung, ne? Bei mir war's gerade so, ich weiß... Oh, Alter, ich weiß gar nicht! Was ist denn das? Ich weiß, wie mein nächstes Haftbefehl Parodikawa geht! Ach! Erzähl! Nee! Mach mal ein Teaser! Ein Teaser! Ein Teaser! Ein Teaser! Ein Buchstabe! Ach, warte du den! Duxt dich jetzt! Duxt dich jetzt! Du Assidute! Hoppala! Das ist ne blöde Idee, Flo!